Diesen Milliardärstower habe ich direkt am Spawn auf meinem Server gebaut. Hier am Spawn laufen nämlich einige tausend Spieler pro Tag lang. Und ich denke, damit erregt man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. 45 Minuten später. Ah, hier haben wir also schon den ersten... Du hast aber kleine Eier. Hä, was? Wenn man sowas baut, dann hat man das nötig. Hä, du bist doch nur neidisch. Ich meine, wer will denn nicht so ein Haus haben? 20 Minuten später. Boah, geil. Ey, da haben wir schon den nächsten. Wie geil ist das denn? Ja, danke dir. Kann ich ein paar Dias? Nee, sorry. Oder kann ich eine Million haben? Kriegst du auch schnell wieder, ich schwöre, Digi. Ja, wahrscheinlich kriege ich morgen von dir eine Million wieder. Raus mit dir. 35 Minuten später. Ah, Mr. Reich, okay. Der ist aber klein. Hä, Junge, wie klein? So arm, komm zu mir, du Hartz-IV-Empfänger. Okay, jetzt bin ich gespannt. Hä, liken und abonnieren für mehr.